Hallo liebe Filmfreunde, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Video hier beim Disflüsterer. Ich bin Dennis und hier geht es um die Bewertung von Filmen im 4K-URD-Format sowie die Leidenschaft zum Sammeln an sich. Heute habe ich mir einen ganz skurrilen und abgedrehten Film rausgesucht. Die Rede ist von der Komödie Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt aus dem Jahre 2010. Das ganze basiert dabei auf einem Videospiel und erzählt uns die Geschichte, wie Scott mehrere Ex-Freunde von Ramona besiegen muss, um mit ihr zusammen sein zu können. Hier war kein anderer als Edgar Wright im Regiestuhl und er konnte mal wieder durch Kameraführung, einen brillanten Schnitt und einem coolen Soundtrack beweisen, warum er so ein talentierter Filmemacher ist. Ich mag die sehr überzeichnete und abgedrehte Story von Scott Pilgrim und schaue mir den Streifen immer wieder gerne an. Wenn euch das ganze gefällt und ihr den Kanal gerne unterstützen möchtet, dann lasst doch ein Abo und ein Like da, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Den Start macht wie üblich die Bildqualität. Wie fällt das 4K-Bild von Scott Pilgrim so aus? Der gesamte Streifen wurde damals auf einer Ariflex 435 in 35mm gedreht und es wurde als Zwischenprodukt ein 2K DI erstellt. Somit wurde das Bild für diese Scheibe hochskaliert. Da der Film auch einige VFX-Effekte zu bieten hat und diese in 2K gerendert worden sind, wollte man wohl einen einheitlichen Look beibehalten. Zur Schärfe kann ich generell sagen, dass wir ein angenehmes Filmkorn erhalten und das UHD-Bild viele schöne Details und saubere Linien zeigt. Zwar ist das Filmkorn nicht so hochauflösend wie bei anderen UHD-Scheiben, aber ich muss sagen, dass das hochskalierte Bild doch einen guten Job hier macht. Es wirkt eine Spur knackiger und die Körnung wirkt im Vergleich zu 1080p Bild natürlicher. Kommen wir nun zum richtigen und großen Upgrade und das sind die Farben. Als erweiterten Farbraum bekommen wir HDR10 und Dolby Vision. Jeder, der den Film kennt, weiß, dass wir gerade in der zweiten Hälfte in den Kämpfen viele knallige und bunte Neonfarben zu sehen bekommen. Die bunten Effekte sehen vor allem in Dolby Vision sehr kräftig und satt aus. Sie zeigen viel Leuchtkraft und so entsteht der Eindruck, dass euch die Farben entgegen kommen. Wer also mal zeigen will, was Dolby Vision so alles kann, der sollte zu UHD-Disc von Scott Pilgrim greifen. Auch Schwarzwerte und Kontraste wirken mal wieder großartig und erzeugen eine gute Dynamik und Tiefenwirkung. Kommen wir gleich zu den Beispielen. Im ersten 4K-Screenshot könnt ihr den Love Interest von Scott Pilgrim namens Ramona Flowers in der Nahaufnahme sehen. Die Körnung wirkt stimmiger und natürlicher und so kommen die Details im Gesicht besser hervor. Ihre pinken Haare, der rote Lippenstift wirken etwas kräftiger und zeigen viel mehr Abstufung. Vor allem wirkt das Bild auch kontrastreicher. Im Vergleich nun das 1080p Bild. Zwar ist die Schärfe noch gut, aber die Körnung wirkt etwas softer, so dass manche Details nicht so sauber dargestellt werden. Das sieht man vor allem an den Hauptporen oder an den Haaren. Die Farben wirken schwächer und eine Spur verwaschener. Im direkten Vergleich fällt es einem sofort auf. Vor allem der sehr gute Kontrast geht verloren, wenn man mal auf die Haare oder auf das Gesicht genauer achtet. Im zweiten 4K-Screenshot könnt ihr unsere Truppe in einer Bar am Tresen sehen. Auch hier wirkt das Filmkorn mal wieder besser und stimmiger und der Farbraum bietet mehr Abstufung und sehr gute Schwarzwerte. Auch das gelbe T-Shirt von Scott oder die pinken Haare wirken mal wieder knalliger und satter. Es wirkt alles einfach lebendiger hier. Im Vergleich nun das Full-HD-Bild. Der gute Kontrast fehlt hier und die Farben haben nicht mehr diese Brillanz vorzuweisen. Auch wirken Linienkonturen eine Spur weicher. Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass die UHD-Scheibe von Scott Pilgrim ein gelungenes 4K-Bild abliefert. Nicht nur die Körnung ist noch mal stimmiger, sondern die Farben in Dolby Vision sind eine wahre Augenweide. Gerade in den Kämpfen, wo die bunten Effekte gezeigt werden, zeigt das UHD-Bild, was es alles so kann. Es sieht teilweise atemberaubend gut aus und macht richtig viel Spaß. Insgesamt gebe ich dem Bild 9 von 10 möglichen Punkten, denn das letzte Fünkchen Brillanz in Sachen Schärfe fehlt dann doch. Ein 4K-DI wäre sicherlich toll gewesen. Kommen wir nun zum Ton. Ja leider existieren von dem Film nur ausländische 4K-Scheiben. Meine Version ist eine amerikanische Fassung, so dass ich nur auf den englischen Ton eingehen werde. Aber hier darf man sich freuen, denn der O-Ton wurde auf Dolby Atmos aufgemotzt. Ich kann es gleich vorweg sagen, der Atmos-Sound ist eine Bestie. Vor allem in den Kämpfen geht der 3D-Mix richtig zur Sache. Jeder Lautsprecher wird sehr gut und kräftig angesteuert. Die Effekte und die Musik verteilen sich dabei schön im Raum. Vor allem diese Videospiel-Kampf-Sounds kommen sehr schön von den oberen Kanälen. Man wird regelrecht in die Fights mit reingezogen. Der Bass bekommt so einiges zu tun und gerade wenn der eine oder andere Schlag oder Tritt ertönt, dann werden diese sehr druckvoll und tief wiedergegeben. Die Stimmen klingen sehr toll und sauber und kommen schön mittig hervor. Ich habe an diesem Atmos-Mix nichts auszusetzen. Alles wurde gut und sehr schön abgemischt und darum gebe ich hier 10 von 10 möglichen Punkten. Es ist ein richtiges Feuerwerk. Absoluter Wahnsinn. Machen wir weiter mit dem Bonus-Material. Hier findet ihr ganze 4 Audio-Kommentare mit Rizzeshow und Cast, sowie unterschiedlichen Behind-the-Scenes über die Effekte und Produktion und entfallende Szenen und ein paar Trailers. Insgesamt fällt es mit knapp zwei Stunden recht gut und solide aus. Ich gebe den Extras auf 8 von 10 möglichen Punkten. Als Verpackung könnt ihr hier die amerikanische 4K-MRA von Scott Pilgrim sehen. Dabei gab es ein Slipcover, welches einen sehr schönen Glanzeffekt bietet. Auf dem Cover sehen wir Scott und seine Freundin Ramona sowie die unterschiedlichen Endgegner. Das Design gefällt mir sehr gut und passt perfekt zum Film. Auf der Rückseite mal wieder die technischen Infos, eine Inhaltsangabe sowie die Auflistung des Bonus-Materials. Im Innern sehen wir dann die zwei Scheiben, wobei die 4K-Disc ein schönes bedrucktes Artwork zeigt. Ich gebe der Verpackung auch 8 von 10 möglichen Punkten, denn die Emery weiß durch das tolle Slipcover zu begeistern. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es ist auf jeden Fall mal etwas anderes und kommt sehr bunt und kreativ daher. Gerade der Humor und die Fights wissen hier zu begeistern. Die 4K-Umsetzung ist dabei mehr als gelungen und hier hat Universal fantastische Arbeit geliefert. Zwar wäre ein richtiger 4K-Scan sehr interessant gewesen, aber ich war von dem hochskalierten Bild doch positiv überrascht. Insgesamt wirkt das Film kaum besser, die Farben sind eine Augenweide und der Dolby Atmos-Mix macht richtig viel Spaß. So muss ein 4K-Remaster sein. Insgesamt gebe ich dem Film eine Gesamtwertung von 9 von 10 möglichen Punkten. Das Upgrade lohnt sich allemal. Es wäre natürlich sehr schön, wenn eine deutsche Veröffentlichung mal folgen würde, aber da wäre die Frage, ob Interesse besteht. Alternativ zur amerikanischen Version gibt es noch eine französische und britische VK-Scheibe, sodass ein Import hier einfacher wäre. Jetzt seid ihr gefragt, wie fällt denn eure Meinung zum Film aus? Konntet ihr dem bunten und skurrilen Spektakel von Edgar Wright etwas abgewinnen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr noch mehr coole Videos zur 4K-Veröffentlichung sehen möchtet, dann klickt doch auf mein Video von letzter Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dann macht es gut und bleibt gesund, euer Diss Wüste.